Steiermark oder Wien? Steiermark. Wiederminister oder Ziel Landeshauptmann? Landeshauptmann. Bier oder Wein? Beides. Kebab oder Cevapcici? Cevapcici. Trachtenanzug oder Businesslook? Trachtenanzug. ORF oder ServusTV? Eindeutig ServusTV. Bitte vervollständigen, meine Familie ist alles für mich. Kanzler Andreas Babler? Unvorstellbar. Kanzler Herbert Kickl? Ziemlich sicher. Die Steiermark ist? Das schönste Bundesland Österreichs. Super. Danke.